Liebe Backstage-Liebhaber, heute gibt es zwei CDs zu gewinnen von Wood & Valley. Und Niklas wird jetzt den ersten Gewinner ziehen. Der erste Gewinner oder Gewinnerin ist Doro Doro Doro. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch Doro Doro Doro. Du hast gewonnen. Laschia wird jetzt die zweite Person ziehen. Die zweite Person, die eine Wood & Valley-CD gewonnen hat, ist Sarah Samson. Alles Gute! Bitte schickt euch eure Adresse und wir schicken euch die CDs zu.